Was geht meine Freunde? Willkommen von der wunderschönen Gamescom und weil ich komplett behindert bin und mich noch für ein einziges Spiel auf dieser Erde interessiere, gehe ich jetzt auf Fortnite-Bühne und bleib den ganzen Tag da und mache Tänze. Okay, Kinders, folgendes wird es passieren. Max, wie viel ist dein Outfit wert? 6,50 Uhr. 6,50 Uhr. 6,50 Uhr. 6,50 Uhr. 6,50 Uhr. Pimmel? Max, kostet mich wieder drauf? Nein. Doch, komm. Wir machen, wir machen, wir machen, wer länger kann. Ja, komm. Schau, Max, wir machen das so. Wer länger aushält, der hat diese Gamescom gewonnen. Zum Kaffee drin gemacht. Okay, also in dieser Zeit muss ich stoppen. Schau, sie sind gleich. Ich bin gerade mitgefahren, ich bin direkt runtergefallen. Echt? Willst du auch? Nein, ich mache das nicht. Leute, das rief auf jeden Fall richtig bescheiden an der Stelle, aber es ging auch darum, wer als erster runterfällt, also von daher war das schon okay. Von daher würde ich jetzt nicht sagen, dass ich enttäuscht bin. Aber ich bin enttäuscht von dir. Thomas, du hältst deine Fresse hier. Das ist ganz ehrlich. Aber der spricht hier schon wieder. Jo, ich habe Brötchen für dich. Für dich. Alle revide abonnieren. Alle. Das ist so schön hier, Alter. Du bist so ein widerlicher Schwung. Hast du die schöne hier gemacht? Die sieht richtig gut aus, Max. Hab ich gebaut, aber nicht für dich. Alter, hey. Hände, können wir die Mitte rausschmeilen. Hey, 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 hey. Security. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Bitte, bitte. Bitte, bitte. So, Max, dann erzähl mir noch mal ganz kurz ein bisschen was über deine Firma Epic Games. Ich dachte mir so, once in a lifetime, kürzene Firma. Ja, du hast da Creme. Oder Zahnpasta. Nein, das ist tatsächlich. Ich nehme deinen Ecken angelutscht. Das ist ein Edding. Also Epic Games, da hab mir nichts beigebracht. Wir wollten eigentlich nur eine Engine entwickeln. Jeder Spaß hier nutzt die auch. Ganz cool. Und dann wollten wir so ein Kinderspiel rausbringen. Was ich selber halt übel hasse. Wollen wir nicht drüber reden. Klar, klar. Aber performt halt ganz gut. Jetzt sind wir die dicksten Bubbles im Cosmos. Das ist große Bühne auch, ne? Sehr groß. Sehr groß. Ja, also der Wechsel ist größer als meine Wohnung. Und gerade schmeißen. Also muss halt ziemlich groß sein. Und schmeißen halt mit Profis im Club. Also 50 Millionen. So, und was machst du hier auf der Stage? Absolut nichts. Okay. Nice. Digger, das ist heftig, Alter. Warte mal gucken, ob ihr 10 damage macht. Warte. Sag mal nocht? Nein. Sag mal nocht jetzt. Mann, du musst mich 10 mal schlagen. Hast du mitgezählt? Ach so. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, vier, acht, 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 zehn. Das ist richtig. Hol ihn hoch, hol ihn hoch, hol ihn hoch. Schillig, Digga. Guck mal, wie bei Jan. Massiv. Jan, lass mal Slurp trinken. Wegen Schild. Dankeschön. Ich will immer dieses hoch runter gehen beim Trinken. Kennst du das nicht? Wenn ich trinke, dann dreh ich mich immer dabei, weil da dann diesen Arm so aussieht. Komplett behindert beim Denken oder in diesem Spiel einfach. Spontan, wie viel ist dein Outfit wert? Warte mal, du musst es anders anfangen. Machen, mach das immer so. Jan, ganz, ganz wichtige Frage, Bruder. Ganz wichtige Frage. Wie viel ist dein Outfit wert? 80 Euro, alles zusammen. Halt's Maul. Shirt ist von was? Tigger, ne? Mühlmark. Mühlmark, okay. 90 Euro. Hose, 400 Euro. Schuhe, 100 Euro. 600 Euro. Wir müssen doch irgendwas sagen, dass man nicht so teure Klamotten kaufen kann. Ja, kauft diese teure Klamotten. Hier ist der Gesamtwert, 16.000 Euro. Also, kann man sich auf jeden Fall mal erlauben, wie viel ist dein Outfit wert? Schnaubfer oder so? Das ist mein. Okay. Schuss. 80 Euro. 40, 50 Euro. Ich auch nicht. Shirt, I have no idea. Maybe 80 Euro. Mit der Bautai, maybe 20 Euro. Ist das richtig? Das sind sehr wunderschön. Und sehr falsch. Okay, so die Schuss selbst sind etwa 100 Euro. Plus die Inlays für noch 180 Euro. Oh, Bro. Was sind die Jeans? Die Jeans 140 Euro. Ohhhh! Ohhhh! This is, I think, 40. Ohhhh! Und das ist 10,00 Euro. Ohhhh! Ehh! Ohhhh! Ohhhh! Ohhhhh! Ehh! Ehh! Ehhhh! Ehh! 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 Oh f**k, so viele von ihnen! Ich habe zwei davon. Wir haben es geschafft, wir haben es geschafft! GG mein Freund! Danke Cengiz! Okay, jetzt gehts auf die YouTube-Boofe und da wird ein bisschen Virtual Reality geschnitten. Let's go! So meine Freunde, wir sind jetzt gerade hier in der YouTube Virtual Reality-Boofe und jetzt wird auf jeden Fall ein bisschen hier gefilmt. Ich habe Freddy gerade ein bisschen an den Pipi-Mann geschnipst und jetzt ist er ein bisschen sauer und jetzt wird er wieder reinbeißen. Wir beide werden gleich mal schön entspannen und wenn er dieses Ding auf hat, dann kannst du alles mal rauslassen, was er dir angetan hat. Ready? Abonniert meinen Kanal! Schnell das raus! Thomas? Alter! Das ist so realistisch! Oh Junge, ich fühle richtig die Menschen! Alter Boss, das ist geil! Das war so schön! Man konnte alles machen! Ich habe mich so frei gefühlt, wie geht es dir, hallo? Ich habe mit Männern geschlafen, das war ein ganz aufregendes Erlebnis! Deine Haare sind zu gut, Alter! Wir werden auf jeden Fall ein nice Video, es freut euch drauf! Eher, falls du dir einen B****n willst! Das passt gerade ganz gut, denn jetzt, wo ich dich sehe, steht da wieder eins! Das ist schön, das ist freundlich! Soll ich dir vielleicht helfen? Hast du schon Masturbationsimulator angespielt? Nein, hab ich noch nicht gewusst. Gibt es auch gar nicht, aber du kannst es trotzdem gerne machen. Du kannst die Hand da hinten unten machen. Drei Folgen lang habe ich das gemacht, dann habe ich rausgeflogen. Aber du hast das drei Folgen lang durchgehalten, dann braucht er zurück. Ich will jetzt hier oben ohne rumlaufen. Was? So, Peter! Was machen wir alle? Lass ein Video auf mit, Peter! Lass uns das Geiles drehen, Alter! Wir zwei! Das ist ja widerlich! Kommen wir jetzt nicht so nahe hier! Jeder zieht mich halt wieder an! Wobei das halt eine Messe ist, wo man bekleidet und umherlaucht. Was soll das denn jetzt einfach? Ich kann das einfach gerne weiter machen. Revi ist jetzt weg. Ich hoffe, viele finden das gut auf diesem Kanal. Bei der Rede sind keine Ahnung. Also wenn ihr mal wollt, dass Revi weniger auf diesem Kanal ist, lasst auf jeden Fall einen Like da. Kannst du direkt mal deinen Kanal planen? Ja, klar, kein Problem! Ich geh, komm! Noch ein bisschen Werbung machen für den Kanal? Ja, abonniert auf jeden Fall meinen Kanal! Link ist hoffentlich in der Videobeschreibung, weil du machst die wahrscheinlich wirklich mit Revi. Wir lassen uns gut gehen, Revi ist weg! Ich bin so froh, dass ihr mich als neues Mitglied akzeptiert, Mann! Du gehst mir Haaren auf den Sack! Was ist denn Käffchen? Nur Fette! Ich kann noch ein bisschen zunehmen, wenn ihr wollt. Ich gehe vorne zum Befehl und komme in 10 Minuten wieder. Ihr werdet es sehen! Nur Fette bei P-Suite! Was ist das für eine Aussage? Warte mal! Ich kann jetzt bei P-Suite mitmachen! Ramm! Let's go! Nur Fette bei P-Suite! Das ist eigentlich ein geiles T-Shirt, oder? Jetzt kannst du es eben machen! Hast du auch ein Kissen? Ja, ich habe auch ein Kissen! Ja, das ist ja ein Kissen! Ja, das ist ein schönes Kissen! Jungs, ich lasse euch mal in Ruhe spielen! Wir sehen uns die Tage, das gehe ich euch noch mal im Sackstum! Wuh! Ist nicht dein Spiel, oder? Warte ab, Digga, warte ab! Was denn? Halt den Schmau doch, Alter! Na, mit dein Maul! Was denn? Halt den Schmau doch, Alter! Lächter! F***er! Eeeh! Max, guck mal! Passt dir ein Hand of Blood! Und kauf mein Merch, Junge. Ist jetzt grad raus, link in der Beschreibung. Ich wollte nur gesagt haben, so sieht der Skin aus, wenn er fertig ist. Leute, das ist krass. Das ist wirklich, wirklich krass. Philipp, du hast den Skin? Ja. Der sieht super, oder? Irgendwann, in drei, vier Jahren, bin ich dann auch so weiter. Die haben dir den geklaut, Alter. Schaut mal, Leute, wenn wir gefunden haben, der CEO von Epic Games. Ganz kurz, wie hat ein Jahreseinkommen bei dir? Kann ich nur flüstern, ich verkomme. Alter, Digga, boah. Wie viel ist denn auf dem Wert? Zu viel, Leute. Allein nur die Schuhe. Ich geh jetzt rutsche-rutschen mit der Lara. Lara, rutsche, rutsche. Hey, Leute! Es ist nur ein bisschen laut hier gerade, weil Hände auf Blatt gerade im Hintergrund rumschreiten, wie so eine Missgeburt. Aber, eigentlich wollten wir damit da oben fliegen. Leider ist das auch nicht genehmigt worden, weil wir sind ja hier in Deutschland, und in Deutschland kann man nicht einfach durch die Harde fliegen, ohne dass irgendwer eine Genehmigung erteilt. Deshalb bin ich extrem sauer und camp jetzt eins gegen eins gegen Lara. Lauf diesem Ding bis zum Blut, bis zum Tod, damit ich einen Fortnite-Shampel bekomme, damit ich einen Spray bekomme, was 400 Euro wert ist, damit ich das in Bitcoin investieren kann und dann alles wieder verlieren kann. West Side! Was? Was? Okay, noch mal, noch mal. Aber du rutschst ja nicht an. Ah! Ah! So viel zu zweit jetzt jetzt? Ah! 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 Sehr sexuell übrigens. Alter, war das sexuell. Ich hab mich gefühlt wie in der Liebesschaukel. Nur ohne Liebe. Es war schön. Ich hab mich das erste Mal wieder lebendig gefühlt. Komm schnell! Michi und Hanno einer zu sammst. Hallo! Alter, WBF hab ich dich! Wow! Michi, ich hab mein Foto noch mal gemacht! Ja! Michi! Ich hab alle ein Foto mit mir! Das ist ein Star! Das ist richtig groß! Das ist ein großer Fan! Ich krieg deine Videos, Alter! So schön! Okay, lass dich nicht stören! Ich komm dazu! Ich hab mir keine Foto von dir, Michi! Das ist ein Schreiter! Ich schreit dir rein! Hey Leute! Kennt ihr schon Papa Platte? Papa Platte ist ein sehr guter Streamer und der macht sehr guten Content! Das ist Papa Platte! Hi! Mein Nutzer von Papa Platte! Zurück zu mir! Es ist sehr laut hier und mein Blog ist für heute beendet! Das ist Lara Loft und die winkt jetzt einmal in die Kamera! Und das ist Papa Platte! Er liebt sein Leben! Leute! Das war's für dieses wunderschönen Video! Hi! Okay! Und damit finde ich euch einen wunderschönen Tag! Wenn ihr mehr über den Geldgablog sehen wollt, lasst einen Daumen nach oben! Das gibt die nächsten Tage echt viel zu erleben! Wenig Schlaf, viele Partys! Es kann aber Tag zu Tag Besch***er mit meiner Gesundheit werden! Da freue ich mich drauf! Küss eure Augen! Auf Wiedersehen! Alle Leute in der Videobeschreibung verlinkt! Ne Thomas? Super auf Wiedersehen! Ciao!